na und damit ein herzlich willkommen zu nomen sky liebe freunde schön dass ihr einschaltet mein name ist aldo in lp und wir machen jetzt weiter und zwar wir haben jetzt hier neue raumschiff wir werden diese planet jetzt verlassen und so schaut start schub düse auf null machen wir voll ja ja dann gehen wir mal hier ein bisschen gas und fliegen zu einem anderen planet o was jetzt halt nach oben nach oben so wollen wir auf dieser planet nein machen wir nicht dann fliegen wir mal dahin so wir brauchen 40 sekunde und dieser planet als astino mit schnick sehr schönen haben müssen wir auf jeden fall direkt ändern noch 25 sekunden und dann landen wir ich hoffe wir sehen auch jetzt was anderes weil bisher immer das gleiche gesehen sonst müssen wir zwei andere sternreisen da mal gucken so jetzt bin ich mal gespannt ach du gott was ist das denn überall rot was ist das ist das hier überall gold oder was kann doch nicht sein das ist ganz bestimmt nicht überall gold warte mal wir landen mal hier hallo landen landen ah guck mal da sind tiere lange nicht mehr gesehen ups war meine schuld hey bleibt mal stehen was ist das denn tanto los Tino muhran rайн na shit da uns noch einer okay den haben wir schon entdeckt das zink ja nehmen wir mal mit das sind nochmals kennen ja sehr gut so wo sind wir jetzt überhaupt gelandet ach hier ist was das die ariostinarum dieser atlasplast wo krieg ich die scheiße her war wie sieht der denn aus na dann eben nicht LaFoot, Apollo, bla bla So Komm mal her Ja, da freut er sich, ne? Wie sieht der denn aus? Ja, ja, hau ab Wo? Was ist das? Was ist das denn für ein Tier, älter? Oh, das ist aber riesig Petisco, Zieh Keine Ahnung was Ah, da ist noch einer Okay, diese Gegner sehe ich zum ersten Mal Ja, ja Tschüss So, gehen wir mal zu unserem Raumschiff Oh, Mann, Alter Ist ja riesig Na, warte mal Da gibt es noch mehr Zink Ah, sehr gut Was ist das denn? Also, das ist dieser komische Kreatur da Ach, da oben können wir hin Dann gehen wir mal da hin Ah, was ist das? Das nehmen wir mit Ja, Gag-Amulet Kennen wir ja schon Ich frage mich überhaupt Wie viele Folgen überhaupt Oder wie viele Folgen ich überhaupt machen soll Bei No Man's Sky Weil das ist ja fast immer das gleiche Es sollte eigentlich mehr geben Was in den Gameplays gezeigt wurden Ist kaum was vorhanden Schade eigentlich Ah, was haben wir denn hier Weil wir reisen immer zu anderen Planeten Und das ist immer das gleiche Sieht halt ein bisschen anders aus Sind andere Tiere Das war's Sonst kann man auch nichts machen So, dann mit Zink So, alles mitnehmen Alter, was ist das denn? Na? Ja, hau nur ab Okay Ah, wie klein ist er denn? Komm mal her Komm mal her Ich bin, ich bin Also, das ist die Ich bin Ich bin Ich bin Wow, du dreckige Pflanze. So, wir nehmen mal hier das ganze Heridium. Boah, geht das schnell. Das geht jetzt ein bisschen schneller, weil wir unsere Waffe ein bisschen getönt haben. Wir können jetzt die Sachen schneller abbauen. Das ist schon mal sehr gut. Ziemlich verarschen. Naja, brauche ich eigentlich gar nicht zu fahren. Wozu auch? Gehen wir mal weiter. So, fliegen wir mal ein bisschen hier rum. Was haben wir hier? Was ist das denn da hinten? Ist das nur Gold? Müssen wir mal gucken. So. so einmal speichern dann gehen wir zu den zwei häuser hier vorne oder war was ist da schnell weg so fliegen wir mal weiter das ist das gold oder was anderes sieht so nach wie 8 aluminium ok das können wir natürlich mitnehmen aber wozu ach ja schon belege ob ich mit dem let's play von nomin sky aufhör und dafür ein anderes spiel mache vielleicht werde ich nur menschke später wieder platz plane wenn er genügend die lcs gibt und erneuerung falls noch was kommt ich wünschte mir dass man wie beim minecraft sachen bauen könnte sollte er eigentlich gehen dass man sachen baut nur die ganze sachen wurden letzte sie können alles rausgenommen sollte multiplayer geben wo du andere online spieler sie ist wurde auch rausgenommen schade eigentlich schade 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 was willst du sagen hier tschüss schade 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 z wo schätze schraubt ich darf gar nicht eisen soll ich denn mit eisen was das hin wo fliegen die hin wo landen die da ist ein rumschiff gelandet krass ich glaube da gibt es eine hütte oder hütte da ist eine kolonie so wozu ist überhaupt dieser neues wort fische ich auch nicht aha okay weißt du was wir laufen jetzt nicht ein ich bin noch nicht verrückt gehen wir erstmal zu unserem raumschiff und dann sehen wir weiter vielleicht werde ich das spiel einfach auf twitch streamen und kein let's plays aber machen hier auf youtube ich glaube das ist das beste und dafür mache ich ein anderes spiel let's play lohnt sich viel besser noch so jetzt zu weit aber schlimm auf uchi morast haben wir entdeckt so also wenn ich jetzt mit dem let's play hier aufhören werden wir von date by daylight let's play und sehen anstatt man no man's sky so mach mal ein angebot was kostet dieser schritte bäh tschüss ach guck mal hier ist neue waffe was ist das so jetzt bin ich mal gespannt ich hab 13 nee das ist 13 plätze nee danke schlecht schlecht jo was geht ja 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 terminal selbst ausprobieren ach komm moment ich hab auch hier mehr mit mit dir weg mit dir weg mit dir weg mit dir so ich hab auch ich hab auch diese extra modul die kann ich auch verkaufen extra modul wo ist das ach hier ja ja komm tschüss ordentlich so mir hier hm und schlecht ja 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 ach hier haben wir noch einen platz ok hier können wir nicht raus war das hier alles klar alles klar so erstmal speichern dann würde ich mal sagen tschüss lieber planet ich bin weg ich werde jetzt einfach eine schnellreise machen zu jedem planet wenn wir denn ein geiler planet finden dann gucken wir auch da ein bisschen näher an bis jetzt so schnell was jetzt so schnell tschüss tschüss so Moment, erstmal hier Planetname ändern Keine Ahnung Nein, nicht hochladen, umbenennen Ähm Was sollen wir da eingehen? Ich weiß, nichts Neues So, wollen wir auf diesem Planet? Ja, waren wir Haben wir auch entdeckt Oh, was war das? Was war das? Ist das vielleicht dahinter, dieser Planet? Moment mal Ah, so ging das Ähm Wart mal Ähm Roschets Kitim Unentdeckt In zwei Minuten Ach du Gott, ist das Ach, dieser hintere Planete Ja Moment, machen wir mal so So So, jetzt aber Jo, dafür brauchen wir zwei Minuten Ich werde nur sagen, wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss Und in der nächsten Folge geht es genau hier weiter Und dann sehen wir, was so In der Planetoschets Kitim so gibt es Und ja Schön, dass ihr auf jeden Fall da wart Und bis zum nächsten Mal Und dann sehen wir, was wir sehen, 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 was wir sehen,